so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die brocade rain von bonfireworks aka rubro vorweg schon mal relativ interessanter baukörper ich sehe seit langer 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 zeit mal wieder eine pyromold batterie wusste nicht dass das noch viele benutzen überhaupt jemand benutzt aber jetzt hat rubro mal wieder vorgemacht 300 gramm haben hier drauf und dieser im effekt video auch richtig geil aus an der stelle noch mal danke an lennart das ist nämlich seine batterie und wenn er das sieht was ich hier gerade mit seiner batterie macht der würde sich freuen wunderschön und jetzt wird gar nicht lange weiter rumgeredet jetzt gucken wir uns die brocade rain an verspricht sehr viel let's go schön von bonfireworks überhaupt die zündung und das ist die 1 so sind wir das dinge noch haben also eine schöne gold batterie ja was kostet die lennart 10er ich glaube für den preis ist die gut ich glaube ein bisschen mehr 10 15 oder so was aber unter 20 ist mehr als 10 kann